Moin, Servus, Moin und hier ist wieder Gremando mit einem neuen kleinen aber feinen Video. Ja, und zwar erfreuliche Neuigkeiten. Erstmal habe ich herausgefunden, dass ich mein Mikrofon falsch gestellt habe. So, weg ihr Kopfhörer. Und dann noch eine andere Sache. Und zwar habe ich letztens in alten Update-Daten durchgestöbert, also welche vor zwei Jahren. Und da habe ich die alte Setup-Datei von meinem Schnittprogramm Lightworks 14.0.0.0 gefunden. Und das heißt, Crafty Shorts kommt zurück. Und das heißt, dass es mir wieder Spaß machen wird, zu schneiden. Also hat es eigentlich auch schon mit Resolve, DaVinci Resolve, habe ich im letzten Video verwendet. Mit einer neuen Software, weil ich mein Betriebssystem neu aufsetzen musste, wie ihr vielleicht aus einem meiner Streams erfahren habt. Allerdings komme ich damit noch nicht klar. Und ich bin mit Lightworks deutlich geübter. So, und dieses Video wird diesmal mit Lightworks geschnitten. Ich hoffe mal, die Qualität bleibt dieselbe. Und ich hoffe, dass ich demnächst noch ein Crafty Shorts raushauen werde. Seid auf jeden Fall gespannt und abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.